Ich muss sagen, dass Wien für mich eine der schönsten Städte ist und ich bin sehr, sehr froh, heute hier meine erste Galerie-Ausstellung zu eröffnen. Bei der legendären Galerie Gerald Hartinger. Ich freue mich ganz besonders, heute hier in der Galerie Gerald Hartinger Leon Löfentraut zu begrüßen. Servus, Grüß dich. Servus. Die Galerie Gerald Hartinger Den Anlass des heutigen Abends kennt ihr alle, nämlich eröffnen wir gemeinsam die Ausstellung Addiction. Ja, ich bedanke mich, liebe Lena, liebe Verena und lieber Gerald, für diese wunderbare Möglichkeit, hier überhaupt erstmal ausstellen zu dürfen. Die Prediction zu dem Titel noch einmal ganz kurz ist einfach diese pure Leidenschaft, die ich nach wie vor seit dem ersten Tag für die Kunst verspüre. Für mich, der erste Eindruck, als ich hierher habe, ist, dass er ein paar neue Rekorde produziert, um etwas zu kaufen. Als ich hier reinkam war, war, wow, das ist eine Kunst, die spricht mich persönlich irrsinnig an. Also ich finde, es ist etwas, was man braucht in der jetzigen Zeit, sehr farbenfrohes. Ich finde, es gibt genug triste Sachen, die gerade in der Welt passieren und Leons Kunst ist einfach etwas, was dich rausholt. Ich fühle mich, ich halte einfach wirklich viel von ihm. Er macht das mit einer unglaublichen Leidenschaft. Ich habe ihn in seinem Studio, seinem Matillé besucht und da war ich ziemlich beeindruckt. Ich fotografiere Menschen und der Leon malt sie aus dem Kopf, sehr schön, abstrakt, wunderschöne Bilder. Ich gefällt die Arbeit vom Leon sehr gut und es ist wieder eine wunderbare Ausstellung. Es ist ein bisschen ein wiederauflebender Klassik. Wunderschöne Ausstellung vom Leon, die gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin super zufrieden dafür, dass es meine erste Ausstellung in einer Galerie hier in Wien ist. Es ist der Abendrang wirklich riesengroß. Diese Ausstellung zu eröffnen, war das absolute Highlight hier. Deswegen freue ich mich sehr, dass Sie hier sind und wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend.